Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Mashiach, unser Elohim. Halleluja. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Mashiach, unser Elohim. Er ist das Wort, er ist die Wahrheit, er ist der Weg und er ist das Leben. Wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird die Person freimachen. Halleluja. In dieser Sendung wollen wir nur Joshua Mashiach erheben und wir nehmen das Wort ernst. Und deswegen lesen wir die Bibel, gehen wir in die Bibel und schlagen wir immer die Bibel um, die Wahrheit noch mehr zu erfahren und zu prüfen. Halleluja. Herr, danke für dein Wort, danke für diesen Moment. Ich erhebe deinen Namen Joshua Mashiach und ich preise deinen Namen in meinem Leben. Und auch in dieser Sendung im Namen Joshua Mashiach. Amen. So, ähm, am Anfang, also wir sind also heute, ähm, heute Freitag, 20. 20. 20. 23. Halleluja. Und, ähm, ich möchte also kurz das auch ankündigen, also dass wir dieser Samstag in Lüneburg sind. Es gibt also eine Evangelisation in Lüneburg. Die Informationen über diese Evangelisation, ähm, am Bahnhof, also von Lüneburg, könnt ihr das auch auf unserer Internetseite, ähm, zurück zum Wort. Und hier ist schon, also diese Slide, also Evangelisation in Lüneburg, Samstag, 21. 20. Treffpunkt Lüneburg, Hauptbahnhof, ab 11 Uhr. Halleluja. Und danach, ähm, werden wir uns also auch noch treffen, also kurz, also nach dem, wir können das also hier bei dem Event, ähm, also wir treffen uns also am Hauptbahnhof von Lüneburg, ähm, ab 11 Uhr. Fangen wir an, also mit der Evangelisation. Und danach, ähm, werden wir also kurz, ähm, also Gebetstreffen, auch, äh, austauschen zwischen 15, äh, und 18 Uhr. Auch in der Nähe, ähm, nicht weit weg, also von, von Bahnhof. Das ist in der, ähm, ähm, äh, Familienbildungsstätte Lüneburg, Raum E1. Das ist, äh, hier ist die Adresse, St. Johannes, äh, Kirche 3 in Lüneburg. Halleluja. Also ihr seid alle herzlich, äh, angeladen und, ähm, wir werden Joshua Maschia zusammenpreisen und wir lassen uns einfach führen, wir, ähm, also durch, den Heiligen Geist durch, unser Herr Joshua Maschia. Halleluja. So. Was wollen wir überhaupt, also heute besprechen? Was, welches Wort, also gibt uns, also Joshua heute? Also das Ziel, also von unserer Evangelisation in, ähm, in Lüneburg ist, also, dass wir, wir wollen, also Joshua verkündigen, die frohe Botschaft, dass der Herr kommt, dass Joshua Maschia, ähm, immer noch rettet, immer noch die Menschen, ähm, zu, zu ihm zieht. Und das ist, das sollte für alle, alle Gemeinden, alle Kirchen, ähm, Gemeinden, äh, christliche Gemeinden sein, also, dass die, äh, dass die Menschen zu Joshua Maschia gehen sollen. Halleluja. Wir sind nicht da, um Menschen zu rekrutieren, rekrutieren, also, dass sie uns, also, folgen, nein. Deswegen schreien wir zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, dass die Menschen zu Joshua gehen, weil Joshua derjenige ist, also, der die Menschen rettet. Er allein rettet. Joshua Maschia ist unser Retter. Halleluja. Die Bibel sagt es also ganz klar, dass er der Retter ist. Und die Bibel sagt also, jeder, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Halleluja. Und das ist, äh, das ist, äh, was ist das in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 21, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Jeder, der Name, nur der Name des Herrn, keine, ähm, bestimmte, äh, Konfession, keine, ähm, Gruppen, äh, also, Gehörigkeit, keine, äh, kein Verein, oder, nein. Nein, Joshua Maschia ruft alle Menschen. Und die Menschen, die ihn also annehmen, die, die auch sein Wort annehmen, werden gerettet. Halleluja. Das ist sehr wichtig, meine Geschwister, dass wir, dass das Evangelium, dass wir alle zurück zum Ursprung kommen, zurück zu, 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 zu dieses Evangelium kommen. Weil heute werden also die Leute in bestimmten Gruppen also rekrutiert. Also die Menschen folgen Menschen. Die Menschen folgen, ähm, bestimmte, äh, Konfessionen. Die Menschen folgen irgendwelchen Pastoren oder Propheten oder, oder, keine Ahnung. Aber Joshua Maschia ist über alle Propheten, über alle Pastoren. Er ist sogar, äh, äh, er ist über alle. Er ist unser Herr. Also, er ist unser Retter. Kein Pastor, kein Priester, kein, äh, kein, äh, kein Priester auf dieser Erde kann also einem Menschen das Heil überhaupt geben. Nein, nur Joshua Maschia. Er allein ist der Retter. Er ist also auf diese Erde gekommen, als Mensch ist er so ans Kreuz für uns gegangen, in den Tod gegangen und zurück, also er ist auferstanden. Joshua Maschia. Und deswegen sagt er, er ist der Weg. Er ist der, ähm, er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Wer an ihm glaubt, wer seinen Namen ruft, wer, 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 wer sein Wort annimmt, wird gerettet. Alleluja. Das ist die frohe Botschaft. Dass Joshua Maschia auf diese Erde gekommen ist, um den Weg zu zeigen, weil Erde Weg ist. Aber so viele Menschen wollen einfach, die wollen, wollen das übernehmen. Dass die Menschen, ihre Gruppen, ihre Vereine, ihre Kirchengemeinde, ihre Pastoren, ihre Propheten, ihre Priester folgen statt, das Wort statt, Joshua Maschia. Und das ist, was wir alle Menschen, alle Menschen sagen wollen, dass wir zurück zum Herrn, zurück zu Joshua Maschia kommen müssen. Er ruft uns, er ruft die Gemeinde, er ruft die Menschen zu sich. Aber, also, er ruft uns, damit wir aufhören, andere Menschen, unsere Glauben auf bestimmte Menschen, unsere Glauben auf bestimmte Kirchen, Gebäude legen. Dass wir genau zurück zum Ursprung das Wort, dass wir das Wort des Herrn annehmen. Alleluja. Alleluja. Ich sehe also die Leute, die suchen, die suchen das Heil, weil sie, keine Ahnung, die suchen also irgendwelche Kirchen, Gebäude, irgendwelche Konfessionen, um ihre Probleme zu lösen. Joshua Maschia ist nicht gekommen, um die Probleme der Menschen zu lösen. Er ist gekommen, um die Menschen von der Sünde zu retten. Er ist gekommen, um die Menschen das ewige Leben zu geben. Natürlich kann er unsere Probleme lösen. Das ist ganz einfach. Ganz einfach für ihn. Aber er sucht. Er will die Menschen von der Sünde retten. Die Menschen von ewiger Verdammnis retten. Das ist erstmal unser Ziel, dass wir mit ihm bis in Ewigkeit bleiben. Alleluja. Und das wollen wir überall in Deutschland sagen. Überall, wohin wir gehen. Nicht nur in Deutschland, in Europa. Überall wollen wir das Wort, die Freue Botschaft verkündigen. Alleluja. Warum wollen wir das also überhaupt tun? Weil die Gemeinde, die kirchliche Gemeinde, die Christen, viele sogenannte Christen sind einfach eingeschlafen. Wir sind also eingeschlafen. Wir haben also eine falsche Botschaft weitergegeben. Statt, also die Botschaft, dass die Menschen nur Joshua, Maschia, nur Joshua, Maschia folgen, haben wir, haben wir was anderes gegeben. Dass die Menschen, dass die Leute unsere Gruppen, unsere Gruppe, also Vereine, dass sie zu unserer Gruppe kommen. Dass sie zu, statt zu Joshua zu gehen, dass sie Katholiken werden, Evangelikalen, oder so, oder so. Und dann sind, da gibt es also so viele, die sind stolz. Katholiker, Evangelikalen oder, äh, Prismithelen, keine Ahnung, irgendwelche Gruppe. Jeder ist also irgendwie stolz auf seine, seine Konfession, seine Gruppe, seine Organisation. Und jeder pusht, also legt einfach seine Organisation davor, statt Joshua, Maschia zu erheben. Oh, Halleluja. Halleluja. Und, 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 und wenn jeder so stolz ist, stolz von seiner Gruppe, stolz von seinen, ähm, keine Ahnung, von seinen, von seiner Bewegung. Statt auf Joshua zu folgen. Die Bibel sagt also, wenn wir nicht aufpassen, werden wir also blind. Ah, wo fangen wir denn an? Ähm, zeigen wir mal also heute, die Gemeinde, die denkt, dass sie irgendwie weiß, also wo, wo sie ist, aber sie ist was anderes. Nehmen wir mal also die Bibel in, in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 3. Also in der Offenbarung, äh, ab Kapitel 2, ähm, gibt Joshua, Maschia, ähm, also, ähm, diese Botschaft über, über die verschiedenen Gemeinden, die sieben Gemeinden. Und ich möchte mal, ähm, die Gemeinde von Sardes lesen. Halleluja. Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 1, die Tote Versammlung. Schreibe auch dem Engel der Versammlung in Sardes. Dies sagt der, welcher die sieben Geister Elohims hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, bist aber tot. Liebe Geschwister, diese Gemeinde dachte, sie wäre also so lebendig. Diese Versammlung dachte, dass sie, ja, äh, sie wäre also so lebendig, hat da so viele Werken, tut bestimmte Sachen, ähm, ja. Aber die Bibel sagt hier, dass diese Gemeinde tot war. Ich kenne deine Werke. Dass du den Namen hast, dass du lebst, bist aber tot. Werde wachsam und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Denn ich habe deine Werke vor meinem Elohim nicht für vollkommen befunden. Diese Gemeinde, diese Versammlung, diese kirchliche Gemeinde, hatte bestimmte Werke, hatte bestimmte Dinge getan und dachte, sie wäre so lebendig. Aber der Herr sagt also, du bist tot, weil deine Werke sind nicht vollkommen. Was du tust, ist nicht, das ist nicht so, was ich erwarte. Habt ihr schon mal also diese ganzen Konzerte, also die Gemeinde, die die Konzerte veranstalten, wo die Tickets also irgendwie verkauft werden, wo die Leute zahlen zum Beispiel für ein Konzert über, keine Ahnung, da kommen also ein paar Leute da singen und man muss also dafür zahlen. Oder diese Predigt, die die Leute überhaupt zahlen, um das zu hören. Die Leute verkaufen das Wort. Und für sie, die sind also sowas wie lebendig. Oder die Gemeinde, wenn man da drin ist, also das ist wie dieser Wohlstand Prediger. Also in dieser Gemeinde hat man das Gefühl, dass man also schon in einem, ja, Nightclub ist. Also so viel Effekt, so wow, wenn die Leute da drin sind, wow, die Musik wird also so gespielt, also das ist, du bist, es gibt keinen Unterschied, also mit Nightclub, also es ist, man weiß nicht mal, also wer da überhaupt so Christ ist. Zahlen, Geld, 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 wo ist Joshua Maschir? Und die fühlen sich also so lebendig, unsere Gemeinde, ja, oh, die haben also diese Jugendtreff, diese Pastorin für die Jugend, bla bla bla, aber in diesem Jugendtreff gibt es also Dating, die küssen sich, also in der Sünde, die jungen Leute, also die, die leben einfach in der Sünde. Und dann finden sie das also so lebendig. Viele wollen nicht mal also die Bibel schlagen, nein, das ist, ja, wir sind die neue Generation, das ist die neue Gemeinde, die neue Gemeinde braucht nicht mal also das Wort des Herrn. Der Pastor ist also sowas wie, wie nennt man das nochmal, also jemand, er macht also Seelsorge, kümmert sich also um die Seele von den Menschen, er ist sogar so ein Psychologen, hat Psychologie studiert. Wenn die Leute kommen, versucht er also mit irgendwelchen philosophischen, psychologischen, also Sachen zu erklären, statt das Wort des Herrn. Nein, die nehmen nicht mal das Wort des Herrn, fühlen sich also so lebendig. Was sagt Joshua Maschia? Nein, das interessiert sie nicht. Ja, die sind so, äh, die haben jahrelang, ähm, Theologie studiert. Die wissen so viele Dinge, sind also irgendwie erklärend, also mit, mit so ein, äh, also Hochdeutsch. Also, ich kann nicht mal also in der Nähe von, 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 von solchen Leuten sein, wenn sie reden. Ich sowieso, also mein Deutsch ist, ich habe sowieso schon bemerkt, also mein Deutsch ist nicht mal das. Aber diese Leute, die Theologie studiert haben, wenn sie reden, die reden also wie Bücher, dann bist du bloß da und sagst, hä, was hat er überhaupt gesagt? Reden wie Bücher. Aber wo ist das Wort? Wo ist das Wort? Das Wort Joshua Maschia. Das ist, was wir geben wollen. Nur Joshua Maschia geben. Und solche Gemeinden, solche Versammlungen, die fühlen sich so, so lebendig. Aber Joshua sagt, hä, du bist tot. Du bist tot. Weil die Sünde da ist. Weil, 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 weil die Werke nicht also vollkommen sind. Weil, 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 äh, und der Herr sagt, äh, äh, wach auf. Wach auf. Weil viele in dieser Gemeinde sind gerade am Sterben. Die sterben. Ah, Joshua. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir alle aufstehen. Aufstehen und das, und das Wort und die Wahrheit, die Wahrheit, das Wort weiter zu verkündigen. Der Feind will einfach, dass wir nichts tun. Das ist sein Ziel. Dass wir die Wahrheit nicht verkündigen. Dass wir nichts tun. Wir treffen, wir haben also irgendwelche Gebetstreffen da, irgendwas da. Treffen wir uns also mit irgendwelchen Freunden da. Aber das Wort weiter zu verkündigen, nein. Nein, das bleibt also unter uns. Oh nein, wir dürfen die Leute nicht verletzen. Was sie da tun. Also die sollen tun, also was sie, was sie wollen. Aber die Wahrheit über Joshua, Maschia. Nein, das sagen wir nicht. Wir wollen die Leute also nicht verletzen. In der Stunde der Wahrheit, hier auf dieser Seite, zurück zum Wort. Wir rufen die Christen, die Wahrheit zu sagen, die Menschen zu sagen, hey, die Versammlung, die Kirchen, diese Kirchen, Gebäude da, wo alles so schön und bla bla bla. Das ist nicht, das ist nicht das Haus des Herrn. Das Haus des Herrn ist die Gemeinde Joshua, Maschia, sind die Christen, die Leute, die Joshua, Maschia angenommen haben. Wir müssen alle Menschen sagen, hey, Priester sind nicht nur die, sind nicht die Leute, die Theologie jahrelang studiert haben. Die Bibel sagt ganz klar, alle, die Joshua, Maschia angenommen haben, sind Priester geworden. Halleluja. Das ist das Wort. Halleluja. Und wir müssen die Leute einfach sagen, unser Herr ist nicht dafür das Geld. Er sucht nicht also das Geld von den Menschen. Nein. Oh, gib so viel und dann wirst du gesegnet. Oh, gib das, dann bist du gesegnet. Wenn du deine Zehnte nicht zahlst, dann bist du nicht gesegnet. Falsch. Joshua braucht nicht dein Geld. Diese Geschichte mit Zehnte und sowas, das ist also eine falsche Lehre. Gib 10% also von deinem Einkommen und dann wirst du gesegnet. Nein, wir sind schon gesegnet. Wir sind schon gesegnet. Joschua, Maschia hat uns schon gesegnet. Wir sitzen mit ihm. Wir sitzen mit ihm, also in den Heiligsten. Halleluja. Wer Joschua, Maschia hat, sitzt schon mit dem Herrn. Wow. Wir sind gesegnet. Und dann, ja, wenn du, einer sagte sogar, wenn du deine Zehnte nicht zahlst, wirst du nicht, dein Auto wieder so kaputt gehen. Da kriegst du deine Waschmaschine, wird nicht mehr funktionieren. Da hast du solche Probleme. Ich kenne sogar so einen Pastor, der sagte, ja, jemand ist also zu mir gekommen, er hatte Probleme mit Krankheiten, er wurde also irgendwie geistig so verfolgt, Dämonen, bla bla bla. Und dann habe ich ihn noch so, die erste Frage, die ich gestellt hatte, war, zahlst du überhaupt deine Zehnte? Und der Typ war, nein. Ja, deswegen, deswegen kriegst du, deswegen wirst du so von Dämonen verfolgt, weil du den Zehnte nicht zahlst. Dann habe ich diesem Pastor gesagt, spinnst du oder was? Was soll denn das? Wo steht das? Hast du das also aus der Bibel geholt oder wo hast du diese Lehre? Und so was, liebe Geschwister, wir müssen die Wahrheit sagen. Die Menschen sagen, dass dein Geld, dass du, du gibst so viel Geld, Geld geht aber ohne Joshua, Maschia, das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Joshua will nicht dein Geld, er will dein Leben. Dein Leben. Halleluja. Halleluja. Und es gibt noch Leute, die denken, ja, weil sie Freunde von irgendwelchen Pastoren oder weil sie in der Nähe von irgendwelchen Pastoren, Propheten, Aposteln und so was, werden sie den Segen bekommen. Falsch. Total falsch. Du kannst so nett mit irgendwelchen Pastoren oder Propheten sein, aber wenn du Joshua, Maschia, nicht folgst, wenn du sein Wort nicht tust, das sind die Dinge, die wir unbedingt die Leute sagen müssen. Bruder, das soll man nicht tun. Ehebruch ist falsch. Du bist verheiratet und dann verlässt du also deine Frau oder deinen Mann, lebst du mit anderen Mann oder sowas, du bist in der Sünde. Du musst da rauskommen, das ist das Wort. Das nennt man Ehebruch. Und die Leute, und unser Herr ist dagegen. Ja, nicht also einfach, ja, weißt du, nein, das ist die Sünde, du bist in der Sünde. Du bist in der Sünde. Wenn niemand, wenn niemand die Wahrheit sagt, dann werden die Leute weiter in ihrem Dreck, in der Sünde weiterbleiben. Joshua, unser Herr, hat also an diese Gemeinde gesagt, du sagst also, dass du lebendig bist. Nein, du bist nicht. Du bist tot. Das hat auch also eine andere Gemeinde gesagt. Eine andere Versammlung. Lesen wir das also immer noch in Kapitel 3. Springen wir die Gemeinde von Laodizea. Die Gemeinde von Laodizea. Kapitel 3, Offenbarung, also Apokalypsis, Kapitel 3, Vers 14. Da steht, schreibe auch dem Engel der Versammlung in Laodizea. Dies sagt der Amen, der treu und wahre Zeuge der Anfang der Schöpfung Elohims. Ich kenne deine Werke. Dass du weder kalt noch warm bist. Wärst du doch kalt oder warm? Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so bin ich im Begriff, dich aus meinem Mund auszuspucken. Weil du sagst, ich bin reich und volle materielle Güte und brauche nicht und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich und arm und blind und nackt bist. Diese Gemeinde sagt, diese Versammlung sagt, ich bin reich. Der Engel dieser Versammlung sagt, ich bin doch reich und volle materielle Güte und brauche nicht. Aber der Herr sagt, du weißt aber nicht. Das weißt du nicht. Genauso wie die Gemeinde in Sardes. Also, ich bin lebendig. Aber nein, du bist lebendig. Nein, du bist es nicht. Du bist tot. Du bist tot. Schau mal deine Werke. Die haben nicht also mit meinem Wort zu tun. Und hier, diese Gemeinde, sagte, ich bin reich. Ich habe viele materielle, bin volle materielle Güte. Ich brauche gar nichts. Nein, nein, nein. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ist das nicht so, die Gemeinde hier in Deutschland? In vielen Ländern hier in Europa? Mir geht es gut. Nein, nein, nein. Bei uns passt alles. Aber unser Herr sagt, du bist elend, jämmerlich und arm und blind. Und noch schlimmer, du bist nackt. Die Leute, die denken, dass sie, ja, wir sind lebendig. Nein, wir haben materielle Güte. Wir sind reich. Nein, wir haben das. Dass aber der Herr sagt, du bist tot. Du bist tot. Du bist nackt. Du bist arm. Hör auf zu sagen, dass du reich bist und dass du nichts brauchst. Nein, du bist arm. Die bauen da so riesige Gebäude. So riesig. Wenn die Leute in ihre Kirchen, Gebäude reinkommen, die sind so fromm und so raar. Und die sind sogar stolz von ihren kirchlichen Gebäuden. So stolz. Machen Postkarten, Bildfotos und zeigen überall die Menschen, wie ihre Kirchen, Gebäude, so schön und so. Wow. Wir haben alles. Aber der Herr sagt, du bist tot. Du bist nackt. Du bist jammelig. Elend. Arm. Und dann sagst du, du brauchst nichts. So, das ist diese Gemeinde, dieser Zustand der Gemeinde hier. Ja. Nicht zu sagen, der Bruder William hier, der beleidigt unsere Gemeinde oder unsere Kirche oder keine Ahnung. Ich sage, wir, wir sind so, weil wir die Wahrheit nicht mehr verkündigen, weil wir unser Herr nicht mehr zeigen. Wir zeigen nun diese Gebäude. Wir zeigen diese Menschen, die so gut reden können. Wir zeigen diese Priester, diese Bischöpfe, diese Pastoren, diese, keine Ahnung. Diese Menschen zeigen wir. Diese sogenannten Werke zeigen wir. Aber, dass man Joshua Maschia zeigt? Nein. Viele haben sogar Angst, diesen Namen zu erwähnen. Nein. Oh, nee. Das ist, also, der Name Joshua Maschia, Jesus Christus. Ah ja, das ist, das kann die Menschen verletzen. Wir müssen also irgendwie politisch korrekt sein. Und dann, ja, da muss man aufpassen, weil der Name Joshua kann die Menschen, Jesus kann die Menschen verletzen. Nee, wir sagen einfach Gott. Ja, weil, damit jeder in seiner Religion sich wieder befindet, dann sagen wir einfach Gott. Ja, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott, 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 Gott. Aber zu sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, nein, nein. Alle müssen also politisch korrekt sein. Habt ihr sogar bemerkt? Also hier in Deutschland gibt es also christische Parteien. Parteien. Aber wo sind die christlichen Werte? Wo sind sie? Christliche Werte ohne den Namen Joshua Maschia? Christliche, äh, äh, keine Ahnung, also, Zugehörigkeit ohne Joshua Maschia? Wisst ihr überhaupt da, woher also der Name Christ kommt? Christen hat also mit Jesus Christus zu tun. Ohne Jesus Christus, Joshua Maschia, gibt es keine Christen. Ich hatte schon mal so eine Lehre über Christ sein laut Religion, äh, laut Tradition oder laut Definition. Die Definition von Christ sein hat also, ist verbunden mit Joshua Maschia, Jesus Christus. Ohne Jesus Christus kann man sich nicht überhaupt Christen nennen. Und deswegen, äh, äh, glaube ich, also, dass, äh, in diesem Land, also, hier in Europa, nicht so viele Christen gibt. Nur Christen von Namen. Wie kann also jemand sagen, ich bin ein Christ, ähm, und dann, äh, ja, äh, was Jesus also hier gesagt hat, also, da bin ich nicht einverstanden. Nee, nee, nee. Aber Joshua sagt, wer mein Wort angenommen hat, wer an mich geglaubt hat, ist ein Kind des Herrn, wird also ein Kind des Herrn. Und diese Leute hatte man also als Christen bezeichnet. Ja, nee, nee, äh, 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 warum bist du überhaupt an Christen? Oh, ich wurde schon, also, als Kind getauft. Kind getauft? Weil, weil du, also, ein bisschen Wasser auf den Kopf gekriegt hast, als Kind getauft? Also, getauft? Du weißt, also, du wurdest getauft, ohne zu wissen. Du hast dich also nicht mal entschieden. Kein Wunder, dass diese Leute, wenn sie erwachsen sind, äh, sind sie da. Ja, ich bin Christ. Ah, okay, was macht dich also Christ? Ja, weil ich getauft wurde. Und, äh, was ist mit dem Wort, also, von Joshua, von Jesus Christus hier? Ah, nee, 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 das will ich nicht. Nein, 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 nein. Ich, ich bin bloß, also, einverstanden mit dem da, ja? Er hatte gesagt, ja, 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 äh, wer, der Erste, der gesündigt hat, also, soll, also, der Erste steilen. Ja, das finde ich richtig toll. Das ist wirklich gut, also, diese Lehre ist gut, damit die Menschen, also, die anderen, also, nicht, also, irgendwie richten. Man darf sowas nicht tun. Ja, 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 ja. Aber Joshua sagt das Wort, das Wort, wie die Menschen. Richten, richten, ja. Mhm. Wenn wir das Wort geben, das Wort ist, also, wie ein Spiegel. Du schaust, also, das, in dem Wort, und dann siehst du, wer du bist. Du siehst, also, was du tust. Du siehst, also, das, was du tust, nicht mit dem Herrn zusammen geht. Dann merkst du einfach, ich bin in der Sünde. Ich muss umkehren. Ja, ich bin ein Kind, ich bin ein Kind des Herrn, ich bin ein Kind Gottes. Was macht dich überhaupt, also, ein Kind Gottes? Ja, ich bin ein Kind Gottes, ich glaube an Gott, ich glaube. Aber dieses Teil, dass die Menschen, dass die Menschen, also, dass man, also, das Wort des Herrn, also, angenommen hat, und dass man, also, umkehrt, dass man sich, also, dass man das Wort des Herrn, also, befolgt. Nein, das ist zu schwer. Natürlich ist es schwer. Deswegen brauchen wir Joshua Maschia. Deswegen brauchen wir, also, Jesus. Er hat nicht gesagt, also, dass jeder das Wort, also, auch von allein tun kann, leben kann. Nein, ohne Joshua schafft man das nicht. Deswegen braucht man Joshua Maschia, Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Und diese Wahrheit, liebe Geschwister, müssen wir überall, überall verbreiten. Halleluja. Aufstehen. Deswegen sage ich also, wir sollen aufstehen. Die, die das Wort nicht einnehmen wollen, das ist okay für sie. Wir zwingen niemanden, Joshua Maschia zwingt niemanden, aber er sagt, geh und verkündet das Wort. Wenn du denkst, also, dass du lebendig bist, schau mal dein Leben. Wenn du denkst, also, dass du so reich bist, schau mal dein Leben gegenüber Joshua Maschia. Unser größter, größter Reichtum ist, dass wir unser Herr Joshua Maschia in unserem Leben haben. Wer Joshua hat, wer Joshua hat, ist wirklich reich. Weil dieser Reichtum, dieser Reichtum verfolgt uns bis zum Tod, nach dem Tod, bis in die Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Mit Jesus Christus zu gehen, hat nicht also eine bestimmte Religion oder Konfession oder eine Gruppe oder sowas einzunehmen. Nein, kein Wunder, dass wir heute so viele verschiedene Gruppen haben, weil die Menschen folgen Menschen, folgen Konfessionen, folgen Gruppen, Vereine und sowas. Darum sagen wir zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Halleluja. Halleluja. Stehen wir alle auf, verkündigen, wir müssen also das Wort verkündigen, die Leute, die Wahrheit geben, mit Liebe. Halleluja. Alle brauchen das. Wir brauchen Joshua. Ohne ihn können wir nichts tun, sagt sein Wort. Er ist nicht so ein Prophet, wie die Leute sagen, oh, das ist ein Prophet. Geh ins Wort. Verbring die Zeit in dem Wort. Schrei zu dem Herrn. Betet. Und verkündigt das Wort des Herrn. Denk nicht also, dass alles schon in Ordnung bei dir ist. Nein. Nein. Verbring die Zeit also mit ihm. Joshua sagte zu dieser Gemeinde von Laodicea. Er sagte, du bist lau. Du bist lau. Warum? Lau ist einfach diese Vermischung. Mischung von kalt und warm. Er sagt sogar hier in Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt, noch warm bist. Man weiß nicht, auf welcher Seite du bist. Wenn Christen da sind, dann bist du ein Christ. Wenn Nicht-Christen da sind, dann bist du ein Nicht-Christ. In der Gemeinde bist du, wow, halleluja, halleluja. Aber draußen bist du ein anderer Mensch. Was ist das? Kalt, warm. Mischung von der Sünde und ein bisschen von dem Wort des Herrn. Ein bisschen da, ein bisschen hier. Ein bisschen da, ein bisschen hier. Die Bibel nennt das der Tod. Wenn du nicht mit mir bist, dann bist du gegen. Und diese Gemeinde ist gegen diese Art von Christen. Die sind lau. Wollen nicht die Wahrheit verkündigen. Wollen nichts tun. Mein Bruder, meine Schwester. Sogar wenn du in der Sünde gefallen bist, steh auf und sag, Herr, bitte vergib mir. Ja, weil das Ziel, der Feind ist also, dass wir in dem Tod bleiben. Dass wir tote Christen bleiben. Dass wir in der Sünde bleiben. Dass wir nicht mal aufstehen können. Damit wir nichts tun. Gar nichts. Damit wir nicht mal also die Kraft haben, das Wort zu verkündigen. Mein Bruder, meine Schwester. Stehen wir einfach auf und verkündigen das Wort des Herrn. Er ist auf unserer Seite, wenn wir bei ihm sind. Wenn wir uns also für ihn entscheiden. Wenn wir mit ihm gehen. Wir sind noch nicht perfekt. Aber eins wissen wir. Wir laufen. Ich liebe diese Verse von Philippa. Ich nehme das mal. Halleluja. Ich werde das hier beenden. Halleluja. In Philippa Kapitel 3. Oh, Joshua Maschia. Philippa Kapitel 3. Ab Vers 7. Halleluja. Ich liebe diese. Ich erinnere mich also, als ich Christ geworden bin, hat der Herr mir diese Verse gegeben. Und bis heute, bis heute finde ich, wow. Die Bibel sagt hier, aber alles, was für mich Gewinn war, habe ich dem Maschia zuliebe für Verlust gehalten. Nein, wirklich, ich halte auch alles für Verlust aufgrund der Außerordentlichkeit der Erkenntnis von Maschia Joshua. Meinem Herrn, dem zuliebe ich alles eingebüßt habe und es für misshalte, damit ich den Maschia gewinne. Also so viele Dinge. Er war ein Pharisäer. Er war so bekannt. Und er hatte, wisst ihr, dass Paulus, also jemand, der, er war so, wie die sogenannten Theologen heute, hatte studiert. Ein Schriftgelehrter. Er kannte das, kannte also die Schriften, die Thora. Und er sagt, das sagt er sogar davor. Das sagt er sogar davor. Also in, ähm, wir kommen zurück. Also Philippa Kapitel 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Es ist mir nicht lästig, euch dasselbe zu schreiben. Ich suche also den Vers. Den Vers, es ist, ah ja genau, ähm, hier, ja genau, Vers 4 sagt er, Obwohl ich auch im Fleisch vertrauen habe, ähm, Vertrauen habe, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Volk Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer, von Hebräern, Pharisäer, entsprechend der Thora. Ein Verfolger der Versammlung, entsprechend des Eifers. Er hatte so ein Eifer, fehlerlos geworden, entsprechend der Gerechtigkeit in der Thora. Also vor den Menschen, er hatte viel. Er konnte auch sagen, ich war reich, ich hatte das. Ich war ein, äh, jemand, also vom Volk Israel, ein Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. Ich war ein Pharisäer, ich war ein Schriftgelehrter. Ich konnte die Thora, ich konnte das Wort. Ich war so, ich hatte so ein Eifer, die Menschen, also die, 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 die Versammlung, diese, die, diese falschen Lehrer zu verfolgen. Aber der Herr hat ihm gesagt, Herr, warum tust du das? Er hatte so viele Werke. Er hatte so viel von den Menschen, von den Schriftgelehrten, war er so angesehen. Der Paulus, der Petrus, der Paulus, ja. So angesehen. Aber alles, was für mich Gewinn war, habe ich dem Maschia zuliebe für Verlust gehalten. Oh, Alleluja. Alleluja. Wenn Joshua diese Gemeinde sagt, hey, schau dich mal an. Du denkst also, dass du lebendig bist, aber du bist tot. Du bist tot und du da. Du denkst also, ja, du bist reich, du hast das und das und das, aber du bist elend, arm und nackt. Und, oh mein Gott, oh Joshua, Joshua, das Wort ist wunderbar, Halleluja. Und Vers 8 sagte, nein, wirklich, ich halte auch alles für Verlust aufgrund der Außerordentlichkeit der Erkenntnis von Maschia, Joshua, meinem Herrn. Dem zuliebe ich alles eingebüßt habe und es für Mist, dem ich dafür misshalte, damit ich den Maschia gewinne. Halleluja. Er hat ein Ziel, er wollte nur Maschia gewinnen. Das soll auch für uns so sein, dass wir nur Joshua schauen, dass wir nur Joshua gewinnen wollen. Nicht, was die Menschen sagen, nicht, dass die Menschen uns da so klatschen und sagen, ja, super, gut gemacht. Ja, nicht, weil wir Geld oder sowas haben, nein. Wir müssen nur Joshua Maschia schauen. Vers 9. Und in ihm vorgefunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus der Tora habe. Halleluja, Halleluja. Er hat nicht seine eigene Gerechtigkeit, genauso diese Gemeinde Sades, die dachte, ja, sie wäre also so lebendig. Genauso wie diese Gemeinde Laodizea, die dachte, ja, die hätten also so viel Geld, die brauchen niemanden. Nein, er sagte, nicht aus meiner eigenen Gerechtigkeit aus der Tora habe, sondern diejenigen aus dem Glauben an den Maschia, die Gerechtigkeit aus Elohim durch den Glauben. Halleluja, oh, Joshua. Oh, Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, Leiden für Joshua Maschia, Halleluja. Dabei werde ich seinem Tod gleichförmig, damit ich auf irgendeine Weise zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das war sein Ziel, dass er mit dem Herrn in der Ewigkeit bleibt. Und Vers 12, oh, Vers 12, oh, liebe Geschwister, das ist, Vers 12 ist ja so, wow. Nicht, dass ich es schon erhalten habe oder schon vollkommen bin. Er sagt, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht also vollkommen geworden. Nein, doch, eins tue ich, boah, Halleluja, Halleluja. Doch, ich jage ihm nach, um es noch zu ergreifen, weil ich auch von Maschia Joshua ergriffen wurde. Ich jage Joshua, ich jage ihm nach. Ich habe also ein Ziel. Ich will mit ihm sein. Ich will mit ihm sein. Das soll also unsere Eifer sein, liebe Geschwister, Halleluja. Vers 13, Brüder, ich zähle nicht darauf, es selbst ergriffen zu haben. Aber eins ist Tatsache. Ich vergesse was hinten und strecke mich nach dem aus, was vorne ist. Ich jage nach dem Ziel für den Kampfpreis der himmlischen Berufung Elohims in Maschia Joshua. Halleluja. Halleluja. Das ist es. Das soll also unser Ziel sein. Und ich möchte also hier diese kurze Predigt beenden. Joshua ist das Ziel. Das Ziel ist, mit Joshua zu sein. Ob wir schwach sind, ob wir angegriffen werden, sogar wenn wir irgendwie gefallen sind, schreien wir zu Joshua. Sind wir in der Sünde gefallen? Die Bibel sagt ganz klar, wenn wir gesündigt haben, haben wir unser Herr Joshua, Maschia. Wir können zu ihm schreien. Und er wird unsere Sünde einfach bereinigen. Wenn wir unsere Sünde bekennen. Halleluja. Halleluja. Ich sage das auch. Ich habe ihn noch nicht 100% ergriffen. Aber eins weiß ich. Joshua ist das Ziel, mit dem Herrn zu sein. Darum sagen wir, zurück zum Wort. Zurück zu Joshua, Maschia. Und wir werden, und wir wollen, wir wollen immer und immer wieder Joshua hier erheben. Kein Mensch, keine Gruppe, keine Konfektion, keine Kirchen, Gemeinde, Versammlungen oder sowas erheben. Nein, wir wollen nur Joshua, Maschia erheben. Joshua sei gelobt. Wir preisen seinen Namen. Wir erheben seinen Namen. Er ist unser Herr. Er ist unser Elohim. Unser Retter. Halleluja. Danke, mein Herr. Danke, Joshua, Maschia. Amen.